Wir fahren den Mountainbike-Marathon über die 53 Kilometer. Ich wünsche euch allen viel Glück und viel Erfolg. Jede Menge, Hessenmeister, ehemaliger Hessenmeister, hier mit dabei. Und nicht zu vergessen auch die vielen Fahrerinnen und Fahrer, die hier ohne Lizenz für viele, viele Wochen enden bei sehr schönen Mountainbike. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.